Das Traum geht um, nachts in Soho. Jeder fürchtet die weiße Spinne. Ein atemberaubender Kriminalfilm nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Louis Weinhardt Wilken. Was wollen Sie hier? Sie besuchen, schöne Dame, was sonst? Falls Sie es nicht gemerkt haben sollten, das Haus besitzt eine Tür. Ach, falls Sie das nicht bemerkt haben sollten, diese Tür wird von der Polizei überwacht. Jede Nacht findet die weiße Spinne neue Opfer. Sie scheinen dem Polypen aber wirklich gewachsen zu sein. Danke. Schmeichleien bin ich immer zu haben. Der geheimnisvolle Unbekannte leistet ganze Arbeit. Eine Reihe anscheinend üblicher Unfälle mit tödlichem Ausgang. Und alles hochversicherte Personen. Dieses Geld stammt von der weißen Spinne. Ein Vorschuss auf die Lebensversicherung meines Mannes. Die Martiones wird in den nächsten Tagen einen Unfälle erleiden. Ein völlig natürlich aussehendes, wenn auch tödliches Missgeschick. Das ergibt das Netz der weißen Spinne. Und die Spinne selbst im Zentrum. Die weiße Spinne. Die Geschichte eines skrupellosen Verbrechers unter der Regie des Krimispezialisten Harald Rhein. Wer ist Jäger und wer wird gejagt? Um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Ich kenne Leute, mit denen ist nicht zu spaßen. Die stecken Säuge wie dich in die Tasche. Damit sie es wissen, Convey. Die geheimnisvolle weiße Spinne ist eine Frau. Das war nur eine neue Lüge, um sie einzuwickeln. Niemand ist mehr seines Lebens sicher. Inspektor Dawson wurde heute Morgen aus der Timse gefischt. Ermordet mit einer Drahtschlinge. Ich habe doch dieser Tage etwas über eine weiße Spinne gelesen. Also gut. 50.000 Pfund für die weiße Spinne. Die weiße Spinne kennt kein Erbarmen. Auch er hat ein schlechtes Gewissen. Es ist ein Kampf jeder gegen jeden. Abstand halten, Chef. Es scheint ihm nicht gut zu gehen. Er ist in Gefahr. Er ist krank. Er sagt, dass nur Sie ihm helfen können. Er sagt, ich soll Sie zu ihm bringen. Wo ist er? Jetzt kennen wir alle seine Masken. Welches ist sein wahres Gesicht? Das verrät Ihnen der Film Die weiße Spinne. Mit schönen Grüßen vom Chef!